Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei, aha, nicht bei Rome 2 oder sonst irgendwas, sondern wir sind bei Sacred 3, wo ich gerade mir einen Ball dran reingeschmissen habe, damit ich jetzt ganz entspannt vielleicht mal ein Stück weiterkomme. Es kotzt mich nämlich im Moment ein bisschen an diese Stelle, wo ich die einzelnen Plattformen machen wollte und dann wollte ich nämlich noch das Spezial, also die Spezialecke machen. Ähm, ach, aber nicht so schnell. Ihr wollt doch mein nächster Werk nicht verpassen, oder? Tore machen mir keine Angst. Sucht schon nach dem Schlüssel. Kein Problem. Wo ich jetzt echt total entspannt die Gegner nach und nach töten sollte. Nicht alle Tore auf einmal, beziehungsweise nicht alle Tore, sondern hier alle Zugbrücken auf einmal machen, weil da bist du einfach sofort des Todes. Das hatte ich so, ey, diese dämliche Rakete da. Weil, es ist okay, wenn ich die in die Mitte ziehe, man merkt, dass die Balldrehen hat geholfen und ich bin weitaus entspannter. Hör, ich dachte, du bist tot. Töne nicht so, als wenn du lebendig wärst. Nach sorgfältiger Untersuchung muss ich feststellen, dass noch zwei weitere Teile für den Schlüssel nötig sind. Seht ihr, ich bin doch zu etwas zu gebrauchen. So. Welch machen wir zuerst? Machen wir den rechten zuerst. Das war das mit dem Beschuss, ne? Da sollten wir eigentlich ganz gut mit klarkommen jetzt. Meine Güte, Herr Proof. Sie sind richtig aufgeweckt heute. Die gehen mir auch auf den Arsch. Mit dem Flammenschuss da. Also echt nicht ohne. So. Hier kam mir auch Beschuss. Und die Zombies. Boah, ich krieg die Krise. Ey, verarsche. Ey. Vor allem diese Flammenschüsse unten, ne? Da kann ich halt... Ähm... Wie heißt das? Diese blauen, die über den Boden gekommen sind. Da war total egal, wie ich gegangen bin. Bisher weiß ich, ich konnte sogar an den Dingern vorbei noch gehen. Und bei den Teilen, naja, muss ich nur halb in der Nähe stehen. Und krieg schon einer Fresse. Lass das. Genau. Hab ich schon mal den Totem verschwendet. Warum auch nicht? So, jetzt reicht's mir. Trick ist übrigens einig, den Schlüssel sofort anzupacken. Weil dann hört der Beschuss nämlich auf. Und diesmal gehen wir einfach direkt den Aufzug hoch. Also... Ich will jetzt nicht noch hingucken, was da für eine Truhe ist, oder was für eine Kiste da rumlungert. Das ist mir sowas von Latten. Ich will einfach nur diese dämlichen Dämonen an den Arsch treten. Und sobald ich dir einfach die Fresse poliert hab, reicht's. Da kriegt der einfach einen auf den Ömmel. Ist bestimmt eh ne Trap. Mein erster Besuch. Ich habe seit Jahrhunderten darauf gewartet. Bitte kommt die Treppe hoch. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, sie platt zu machen. Die hat sich doch... Die Limmeltüte zwischen die Beine geklemmt, ey. Damit man nicht merkt, dass die ein Kerl ist. Jetzt bin ich auf Temperatur. Jetzt habe ich aber Bock, eine Frau zu schlagen. Ich will natürlich in der Realität das nie machen. So, was geht ab? Selbst die Brüste bewegen sich unnatürlich. Schätzchen, willkommen. Kommt, bleibt für immer bei mir. Verbreitet den Schmerz! Weg sind sie wieder. Aha, okay. Was ist das denn für ein Effekt? Also so kann die ja noch nix. Bleibt für immer bei mir. Da geht die ja hinweg. Dann geht die nach ganz hinten. Gebt euer Schlimstes! Ach so, die entzieht mir einmal meine gesamte Lebenskraft. Oh, wie köstlich! Das kitzelt! Tag Team Terror! Ja, ja, Tag Team Terror, wenn es so wäre. Aber stattdessen halte ich hier eigentlich nur fest, während mein nicht existenter Koop-Spieler gar nix macht. Der perfekte Schrecken! Geh weg! Mir fehlt ein HP. Hey, Tentakel! Moment, saugt ihr mir echt die ganze Energie ab, die ganze Zeit? Oh, ihr tut ihr schon ordentlich weh! Ich hoffe! Macht sie kalt! Legen wir los! Ich wurde nicht verstoßen, um so zu enden! Oh, sehr schön! Aber die hält schon was aus, ey! Ohne Kack! Wir fangen gerade erst an! Nein! Nein! Ah! Enraged Bitch, ey! Ist doch nicht so schwer, den dämlichen Tentakeln auszuweiten. Man muss doch nur eine kleine Lücke finden, ey! Aber wer... Wer denkt sich eine Fähigkeit aus? Wo eine dämliche Seraphine, die dunkel ist, einfach irgendwo hinspringt und mich aussaugt, energietechnisch. Da bist du aus der Hölle der Spieleentwicklung rausgekommen. Ich könnte den Power-Move machen, aber es bringt mir ja nichts. Da kann ich lieber weiter schlagen. Oh, ihr tut ihr schon ordentlich weh! Ich glaube, ich bin diesmal einen ganzen Tick schneller. Meine Hörn! Boah! Faxe Police, Junge! Faxe Seraphine! Ich wurde nicht verstoßen, um so zu... zu... Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Gebt euer Schlimmstes! Oh, gut, ey! Jetzt macht die Platz! Proof! Go, Proof! Proof! Kenne ich die Wahrheit? Was für eine Wahrheit! Enten sind gelb? Aber nur quietsche Enten. Keine Welsen und Toten mehr in Icaria. Und geht es nur mir so oder sah sie irgendwie wie eure Seraphim aus? What the fuck? Manchmal braucht man doch eine Facecam. Die schwarze Seraphim. Übel was! Bei den Göttern in Ungnade gefallen, wollte sie aus ihrem Gefängnis in der Unterwelt aufsteigen, um das Böse hier zu verbreiten. Aber nicht mit mir oder vielmehr euch. Noch ein Königreich der Unterwelt besiegt. Noch ein Böser Despot entmachtet. Noch ein... Noch eine Minute und wir sind Toast. Hey, ich wollte gerade meine Rolle als Erzähler üben. Na gut, gehen wir. Die Götter haben die Korruption beseitigt. Aber ich glaube, wir hatten auch ein wenig die Finger im Spiel. Ist das normal, dass dieser Spalt sich nicht zu schließen scheint? Hab euch gefunden, Leute. Macht ihr wieder Sachen kaputt? Und ist das ein Spalt, der in die Unterwelt führt? Beim Verstand meiner Mutter. Jemand sollte ihn bewachen. Sofort. Tada! Verdammt, bin ich gut. Ich hab durch all das Heimweh bekommen. Wenn ihr mich braucht, ich bin bei meiner Nachtwache zum Nachtwächtern. Bitte braucht mich nicht. Ein Traum. Damit wäre der DLC abgeschlossen. Den wir mal eben so Just for Fun nebenbei gemacht haben. So, was können wir Neues? Göttliche Aura. Die Zeit zwischen den Blitzschlägen wird sich um 30 Sekunden verzögern. Finde ich okay. Was macht die überhaupt? Ach so, die steckt Feinde in Brand. Der Drache schützt mich. Die Elfe war die, die gesungen hat. Die werde ich nie nicht mehr nehmen. Ähm. Warum bin ich jetzt... Ach mein Gott, das Menü ist manchmal ein bisschen irritierend, weil LBRB, da wächst nämlich noch mal zwischen den ganzen Sachen. Ich nehm den Drachen wieder. Auch wenn er einfach ein totaler Schisser ist. mittlere Energiekugel oder 100%. Wir machen hier auch mittlere Energiekugel. Kugel. Da haben wir ihn noch. Da kommen wir aber auch keinen Schritt weiter, weil wir Level 20 brauchen. Fertigkeiten ausweichen. Brauchen wir Level 19. Block brauchen wir Level 22. Exekutionen noch mehr erhöhen. Geht auch noch nicht. Wiederbeleben. Geht auch noch nicht. Gut. Dann haben wir erstmal alles wieder ausgerüstet. Wir können auf die Karte und zurück in das normale Land, wo uns schon die Mission erwartet. Eisbach Heiligtum. Rettet die Seraphim Aria vor Zane und seinen Truppen und wehrt den Angriff auf das Eisbach Heiligtum ab. Was ist mit dem Alarm? Wir haben einen Drachen gesehen, der unseren Haferbrei frisst. Beim Schmiedehammer meines Bruders Zane hat uns gefunden. Seine Armee wartet an der Basis des Eisbach Heiligtums. Schwester, du siehst gar nicht gut aus. Sie ist weg. Meine Tochter ist weg. Du glaubst doch nicht, dass Aria dort hinuntergegangen ist. Ich würde es tun. Was hat sie sich gedacht? Zane wird sie bestimmt gefangen nehmen. Keine Sorge, Aria kommt ganz nach ihrer Mutter und Zane ist dumm, sich dort zu zeigen, wo wir am stärksten sind. Auf der Höhe ihrer Macht schicken sie ein kleines Lamm, um den Wolf zu begrüßen. Ha! Er ein Wiesel. Seraphim, angreifen! Er schlagt den Tyrannen. Die Lämmer halten sich für Schakal. Das kleine Lamm ist geflohen, kann sich aber nicht ewig verstecken. Eine Armee ist hinter ihr her. Götter, das wird ein Massaker. Ich suche nach Aria, aber ihr müsst Zane und seine Armee abwehren, sonst sind wir verloren. Wir... Ich weiß nicht, wo Aria ist, aber wir können uns damit nicht beschäftigen, während Zanes Truppen angreifen. Konzentriert euch auf diesen wandelnden Gletscher. Ich friere nicht gerne. Boah, es ist so hell. Ich will nach Hause. Zu Hause ist auch nicht schöner als hier. Zu Hause ist da, wo das Herz zu Hause ist. Ich merke, wie meine Kampfmoral steigt. So, jetzt nur noch, wenn er rauskommt, töten. Ja, ab nach Hause. Nein. Aber ich werde mal diesen einzigen Weg hier lang gehen und werde mal hoffen, dass es die richtige Richtung ist. Ich denke, ich soll wohl eine dieser Türen für euch öffnen. Ah, falsche Tür. Probiert die hier. Tut mir leid, Aria hat keine Anleitung zurückgelassen, wie das hier funktioniert. Ich hoffe, meine Seraphim können sie finden. Fürchte dich nicht, Schwester. Ihr ist sicher nichts passiert. So. Du bist mein Level up hier, du Dicker. Oder du. Nee, du noch nicht. Dann wirklich du. Komm her, mein Freund, ich mach Liebe mit deinem Hintern teil. Man könnte echt ein bisschen kreativer die Gegner machen können. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass sich jemand von uns schon Diablo gespielt hat oder, ähm, wie heißt es noch so? Äh, WoW zum Beispiel, was ja eigentlich ganz gut zeigt, wie man einen Boss-Encounter machen kann. Aber dafür ist das einfach zu oberflächlich, die Boss-Encounter irgendwie. Auch wenn jetzt der letzte aus dem DLC ja jetzt nicht so schlecht war, man konnte halt schon sterben. Aber ich hab auch vorher bei den Toren so verkackt. Das war mein Problem. Deshalb hatte ich keinen Heiltrank mehr und das hat das alles ein bisschen schwieriger gemacht. Da fällt mir gerade so auf, ich müsste eigentlich das eine oder andere auch noch einkaufen. Bin ich da nicht gerade unterwegs hin? Deshalb bin ich doch hier. Aua! Ach so, die da unten, die beschleudern mich mit, äh, Eiskristallen. Wenn! Zanes Soldaten haben die Westmauer überrannt. Wenn ihr euch durch die feindlichen Linien kämpft, haben wir noch eine Chance, die Mauer zurückzuerobern. Wenn! Die Götter sind mit uns. Zanes Truppen in der Stadt haben die Nachricht offensichtlich nicht vernommen. Überbringen wir sie ihnen. Zu viel des Guten. Also, Telaria, du bist doch die Erwachsenen, oder? Warum kannst du nichts und warum kann Arya nur die Sachen? Ich will nach Hause! Uah! Verflucht! Das Kraftfeld hat sich an der Ostmauer aufgebaut, anstatt an der Westmauer. Haltet durch, während ich das korrigiere! Boah, was ein Blödsinn! Bei Arya hat alles so einfach ausgesehen. Moment, es gibt noch etwas, das ich versuchen könnte. Äh, macht nichts. Gleich ist die Mauer eh weg. Dann kannst du das einfach bei einer leeren Fläche machen. Ich glaube, das ist einfacher für dich. Lasst uns gehen! Oh! Ich habe gerade Tunnelblick. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Könnt ihr das, wenn eure Augen den Fokus verlieren? Es steht! Es steht! Die Westmauer ist sicher. Danke. So langsam habe ich den Bogen raus. Ein kleiner Triumph und die Schafe halten sich selbst für Wölfe. Bei den Göttern. Während ich an dem Kraftfeld herumgebastelt habe, sind Zanes Truppen durch das Haupttor eingedrungen. Worauf wartet ihr noch? Los, los! Ich bin unterwegs, ganz entspannt. Es kann nur dieser Weg sein. Da ist das Tor. Oh! Mein Kopf! Das müssen dunkle Kugeln sein, mit denen es offen gehalten wird. Zerstört diese Kugeln, sonst kann ich das Tor nicht schließen. Ja, ich versuche gerade mein Bestes mit den dunklen Kugeln. Schon fertig? Ganz ruhig, Drache. Frei? Jetzt kann ich tun, was ich schon immer wollte. Oh, sehr schön. Ich habe einen Zwerg erweckt. Ich will nach Hause. Ich frage mich immer noch, wodurch ich was erwecke. Ist das Zufall oder muss ich gewisse Moves machen, wo ich irgendwelche Bonus-Sachen hier rausziehen? So, damit ist die zweite schwarze Kugel weg. Das Tor ist geschlossen und die Kopfschmerzen sind weg. Ihr habt es geschafft. Jetzt können keine Truppen mehr in die Stadt eindringen. Ich hoffe nur, dass Aria es zum Schreien geschafft hat. Bitte, geht dorthin und schaut nach ihr. Ich schaue nach ihr. Ich habe aber sonst nichts zu tun. Welt retten, Bösewichte bekämpfen, Lämmer, äh, Lämmchen sein. Mutter, kannst du mich hören? Ich bin auf dem Schrein, aber ich glaube, ich bin nicht alleine. Haha, die kleine Fliege ist mir direkt ins Netz geschwirrt. Bleib mir fern, Aria. Baby, bei allem, was recht und gut ist. Geht zum Schrein. Bitte findet sie. Hm. Was tun? Retten sie die kleine Fliege, ist der Schrein hinüber. Retten sie den Schrein, frisst die Spinne die Fliege. Was werden sie tun? Er ist das pure Böse. Der Schrein verbindet uns mit den Göttern. Wir haben keine andere Wahl, als ihn zu verteidigen und zu beten, dass die Götter im Gegenzug Aria beschützen. Erinnere mich daran, mich niemals fangen zu lassen. Beste ist einfach, was soll passieren? Verbindung zu den Göttern ist dann weg. Geht da mein Controller aus, oder was? Das reicht mir schon. Komm, heu nicht rum. Gibt noch genug zu tun. Ich werde in die zweite Granate geschmissen. Na, lass das. Das reicht. Boah, Mann, ey. Komm. Schon fertig? Ihr habt die Männer dieses Bastards vernichtet. Jetzt geht und holt meine Tochter. Ich zähle auf euch. Sie hat bestimmt auch Angst. Wahrscheinlich. Fuhruhe. Was? Haben Sie die Brücke eingezogen? Nein. Benutzt dieses Energieschloss, um sie auszufahren. Wir hören hier nicht auf. Dieser kleine Krabbler wird eine leckere Mahlzeit. Wie wird der Widerstand fliegen ohne ihre Flügel? Er will ihre Kräfte verzehren. Götter, bitte. Beeilt euch. So, jetzt brauchen wir wieder Energie. Weglaufen. Das ist ja mal ganz entspannt. Als wenn Weglaufen irgendwas bringt. Bitte. Konzentriert euch auf das Energieschloss. Mach ich doch, ey. Entspann dich. Ist doch nur deine Tochter. Kannst du dir eine neue machen. Bleib mal ganz smooth. Move. Wir sind auch mal wieder ein paar ordentliche Gegner kommen. Dann klappt's auch mit der Energie aufladen. Oder gab's den noch vielleicht irgendwo. Gebt Zane keine weitere Sekunde mit meiner Aria. Aktiviert das Energieschloss. Dieser kleine Krabbler hat einen starken Panzer. Das Eis der Jahrhunderte sollte ihn aufbrechen können. Bleib stark, Schwester. Es wird in der Minute vorüber sein, in der ich da bin. Zanes Elite wird versuchen, euch aufzuhalten. Das dürft ihr aber nicht zulassen. Ich kann Arias Schmerz spüren. Habt ihr verstanden? Die kleinen Ameisen irren umher, bevor der Stiefel sie trifft. Schon fertig? Ja, anscheinend. Das nennt er also Elite. Bin einfach durchgerannt, ey. Okay. Lasst uns gehen. Boah, lass mich da einfach durch. Was bist du für einer? Ja, dir vertraue ich eh schon mal nichts an. So, dann bist du auch schon erledigt. Dann können wir ja endlich abhauen. Scheiße, oder ist ein bisschen Gold? Es ist so kalt. Aria, halt durch! Bleib stark! Du bist aus stärkerem Holz geschnitzt als er, Schwester. Ich kenne deine Mutter. Ach so, sie war doch nicht... Ich dachte, sie wäre die Mutter gewesen. Stattdessen ist er einfach nur eine Schwester. Schon fertig? Warum sagt die ganze Zeit dann meine Aria? Wen machen wir jetzt Platz? Zane? Die Ameisen haben also den Weg in die Mitte des Netzes gefunden. Am besten mit einem Schuss Limette. Da finden die Ameisen ihre kleine Fliege erfroren im Netz vor. Auf ewig. Aber nicht allein. Sie werden sich hinzugesellen. Aria! Komm sofort zurück, Feigling! Ich schwöre, ich werde Seen eigenhändig umbringen. Aber ihr müsst zuerst dieses Ding erledigen und sie befreien. Wenn es nicht schon zu spät ist. Den Göttern sei Dank! Ich spüre ihr Herz schlagen. Diese Kreatur hat sie in einen Eiskäfig gesperrt. Schwächt ihn. Dann kommt sie frei. Aria, gib nicht auf. Wir sind hier. Hörst du mich? Wir sind hier. Sie wird wieder stärker. Die KI versagt wieder. Ich kann es spüren. Ich kann es mir nicht ansehen. Nein, schnell weg, schnell weg! Nein, wirklich! Nach dir! Jetzt habe ich Schaden kassiert von dem, weil der so dämlich stand, ne? Ja, Zitadellenwächter verbessert! Level 3! Ihr habt es geschafft! Ihr habt meine Tochter gerettet! Das kann ich niemals wieder gut machen! Jetzt doch, Tochter! Kann jemand sie da herausholen? Mutter, hab ich gesiegt? Wir haben gesiegt. Für den Augenblick. Wisst ihr, ich glaube, sie wird ganz genesen. Natürlich. Sie wurde nur kurzzeitig gut konserviert für die Nachwelt. Und Brrrrm! So, neuer Auftrag. Sophias Blut als Archivement Rang 17. Dann können wir in meine Fähigkeiten reingucken. Urteil hoch, Fertigkeiten gilt, Waffengeister. Haben wir jetzt den Zwerg. Bei Angriffen besteht eine zusätzliche Wahrscheinlichkeit von 30% für kritische Treffer. Der Schaden für kritische Treffer wird um 50% erhöht. Das finde ich total geil! Den nehmen wir nämlich einfach mal und dann gehen wir nämlich nehmen wir die Sühne das Schwert weil besonders gut im kritischen Schaden beziehungsweise der Zorn der Götter ist noch besser im kritischen Schaden. Sehr schön! Und in dem Sinne sage ich bis dann Freunde der Spiegel Tour wenn es wieder heißt Sacred 3 oder anderes Spielchen bis ja bis zum nächsten Mal euer Doc Ciao! Ciao!